Selbst in hochalpinen Regionen, wo bisher unberührte Wildnis noch war, finden immer mehr Eingriffe statt. Wenn man da oben Bauprojekte in dieser Dimension durchführt, dann verändert man eine wilde, wunderschöne Hochgebirgslandschaft in eine Industrielandschaft. Es werden Lifte gebaut, es werden Seilbahnen gebaut, es wird der Berg regelrecht verdrahtet. Viele dieser Prozesse sind unumkehrbar und das macht uns Angst. Es betrifft uns alle, jeden einzelnen von uns, nicht nur die Skifahrer oder die Snowboarder. Wir alle brauchen diese Berge. Wir alle brauchen diese Berge. Wir alle brauchen diese Berge. Untertitelung des ZDF, 2020